Hallo Computerfreaks, herzlich willkommen. Hallo Computerfreaks, herzlich willkommen zur Computerbox. Willkommen, sagen wieder Horst und Michael. Ich frage mich natürlich wieder ganz doof, Horst, um was geht es denn heute? Ja, wir wollen heute mal externe Datenspeicher zeigen, insbesondere mal ein bisschen vertiefen da am Thema Disketten. Spannendes Thema. Machen wir aber nicht alleine, wir haben noch Besuch. Ja.